So, hallo zusammen Hallo Hallo I have a little problem Ich habe ein kleines Problem. Irgendwas war da gerade defekt, die verbraten aber gut, die ist anscheinend keine Illumina Main. Bestimmt hat sie auch ein anderes Item-Bild als ich. Gucken, wie sie anfängt. Schuhe. Schuhe, aha. So. First Blood ist aber nicht so gut. So, ich bin zuerst 4 und jetzt schauen wir mal. Wir haben voll erwischt, Alter. Ne. Alter Superman, das war ein sicherer Kill, das gibt es doch gar nicht. Was hat sie denn für Items gekauft? Okay, also sie hat definitiv ein anderes Item-Bild als ich und meins ist ziemlich gut. Okay, wir sehen hier gerade keine Gegner mehr. Das heißt, Vorsicht ist angesagt. Okay, habe ich es wieder nicht erwischt oder was? Wir haben uns beide erwischt. Äh, ja, jetzt schauen wir mal. Wenn sie ihre Ult macht. Oh shit, hat sie mich erwischt. Schon wieder Sound-Probleme hier. An meinem Rechner. Ich bin noch zu weit draußen, ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Den habe ich gut eingeschenkt. Au. Oh nein, 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 nein. Alter, ist der dumm. Ist der dumm. Ach, der Batman, Alter, was ist das denn für eine Pfeife? Der Batman. Entgarnieren. Na also... Alter, wie sieht der Aboll? Ich fasse es nicht, wie es ihr End kommt. So, was baut sie denn überhaupt? Ist sie sich noch nicht einig, was sie baut? Ich bin mir schon einig. Gut, als nächstes kommen die Schuhe. Mein erstes Item ist fertig. Und sie haben noch kein Item fertig. Das zeigt eigentlich schon... Gut, als nächstes kommen die Schuhe. Gehe, die Schuhe. Oh wow! shit ah ja 3-1 jungler gegen obwohl unser ist auch habe ich ihn erwischt gut glaube ich jetzt noch kein aber ist jetzt nämlich genauso gerne weiter ha ich muss jetzt unbedingt unbedingt weg bin sehr low ok das sieht immer noch nicht so schlecht aus ok der mitteltauber ist auch weg vorragend jetzt bleiben wir ein bisschen beim team gut ich kann jetzt auf jeden fall hier meine fähigkeiten spammen durch aufgrund meines builds so freunde meisenstein nicenstein sag ich mal so jetzt muss ich mich nur bewegen wegen dem stun von die lumia scheiß hatte bin ich stehen geblieben für mein spell so hmm Oh ja, ich sag mal so Der Slims ist echt die Pest, Alter, echt die Pest Der Slims ist echt die Pest Der Slims hat eine Tower in his mind Rally, attack the Abyssal Dragon Der Slims hat eine Tower in his mind 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 Sie werden meine Ratschäden beurteilen. Sie werden meine Ratschäden beurteilen. Ich werde sie mit meiner Präsenz. An ally has been defeated. They will regret this. Hm, das war jetzt gerade nicht so... Scheiße, warum gehe ich auch da durch? Ich muss natürlich unten lang gehen, weil ich wusste doch, dass sie da ist. Scheiß krieg sie, Alter. Krieg sie, krieg sie, krieg sie. 4, 8, 5 ist nicht schlecht dabei. Okay. Alles klar. Gut, 1300 habe ich auch. Ne, noch lange nicht. Boah, der Orma, Alter, musst du da reingehen. Okay. 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 so jetzt sind schon wieder drei tot von denen das ist natürlich gut ja und jetzt beim team bleiben ich bleib mal bei armor besser bei supermann weiß nicht weil irgendwas was tanky ist immer schön in bewegung bleiben jungs was mine is mine Alter, wie schnell hat mich die Kriegsi getötet? Gibt's das denn? Alter, war das schnell. Ach, die Ulti hab ich auch noch ab... Alter, scheiß Dreck. Alter. Jetzt verlieren wir das Spiel ein bisschen aus den Händen. Alter. Das ist nicht so. Scheiße. Der stirbt höchstwahrscheinlich. Nein! Du Lutscher, Alter, dich hab ich weggenascht. Oh, nein, das Ding macht Schaden und zwar nicht zu knapp. Alter, ja, der Batman, der ist nicht so. Tja, Batman, das hast du für uns verloren. Alter, der Batman, der Batman! Batman! Alter, ist nicht sein Ernst. Ist nicht sein... Nein, nein, scheiße. Ja, Illumia ist MVP und ich bin auch MVP. Auf meiner Seite.